Musik Nur zwei? Das ist ja geradezu eine Beleidigung. Nur zwei? Das ist ja geradezu eine Beleidigung. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ich erspare Ihnen das lieber. Hier ist es hell genug. Das strahlt schon genug. Nur Wasser. Das heißt, hier komme ich nicht weit. Einen Schritt näher, Spaß. Es ist wohl besser, wenn sie die nicht sieht. Tja, freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah. Ha, die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Gut, jetzt haben wir einen Strohhalm. Wir müssen gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Ein Harmi Perfekt. Darf hier eigentlich noch was? Den Mädchenkram lasse ich mal. Okay. Jetzt muss ich da nochmal gucken. Na, kann ich irgendwie helfen? Ha, guter Versuch. Aber auf solche Tricks falle ich nicht rein. Das ist kein Trick. Ich... Gib dir keine Mühe, Schwarzbart. Wehe, du hast dem Mädchen was angetan. Aber nicht doch. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Da dachte ich, sie könnte sicher einen Arzt gebrauchen. Johoho, und ne Buddel voll rum, was? Was? Nein, ich, äh... Hä? Dachte ich mir's doch. Wow. Ich schlage eine Waffenruhe vor. Aber nicht, weil ich Angst hätte. Sondern aus Rücksicht auf die Lady, okay? Ich habe doch gar keine Waffen. Nennst du mich etwa einen Feigling? Wenn du einen Kampf willst, kannst du es ruhig sagen. Was ist denn hier los? Hörst du überhaupt, was ich sage? Ha, dachte ich mir's doch, du Fehlzünder. Wow. Wie hältst du es nur in diesem dreckigen Piratennest aus? Aber ich habe doch gerade erst frisch gewischt. Ach ja? Und ich kenne Seekühe, die riechen besser als du. Und zwar hinten raus. Hm. Vielleicht gehe ich nachher nochmal über alles drüber. Aha, beim Klabautermann. Hart Backbord. Ah, ah, ah. Äh, ja. Komm uns nicht in die Quere, hörst du? Du kannst später noch Brand schatzen, so viel du willst. Aber hier ist feinmechanischer Sachverstand gefragt. Na hör mal. Ich habe Feinmechanik studiert. Ich war sogar drei Jahre lang. Verschon mich mit den Geschichten von deinen Kaperfahrten, du störte Bäcker. Ich habe hier ein Problem, das sich mit roher Gewalt nicht lösen lässt. Ähm. Arr. Arr. Lass Doc frei. Aber, aber er hat eine Passage zum schwimmenden Schwarzmarkt gebucht. Ach ja? Deine Mutter hat gleich zwei gebucht. Ey. Halte meine Mutter da raus. Wo auch immer da ist. Touché, Käpt'n. Touché. Ich behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. Eben. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Natürlich weiß ich das. Hm. Ich sollte vorher weiß, ich brauche keinen Ort. Ey. Wo ist... Was brauchen wir jetzt diesen Strohhalm? Mehr haben wir ja hier nicht. Dementsprechend... Müssen wir hier erstmal wieder raus. Ich erspare Ihnen das lieber. Genial. Endlich werde ich diesen widerlichen Geschmack los. Uu. Bleh. Pff. Okay. Neue Mission. Ich hoffe, Goal passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Ähm. Okay. Kommen wir jetzt in den Koffer? Achso, dafür ist der Strohhalm. Und wie wird da durchkommen? Au. Ich spare mir meine Tele... Ich spare mir meine... Au. What the heck? Au. Was war das? Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja. Hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Wahrscheinlich ist es behindert. Mist. Solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Au. Au. Solange das Verdeck zu... Au. Au. Ich spare mir mein... Rohr. Au. 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 Solange das Verdeck... Aha. Das markerschütternde Hupen wird sie betäuben. Was uns zu Plan B bringt. Ich spare mir meine Telek... Ich spare mir meine Telek... So. Au. Au. Ich spare mir meine... Ich spare mir meine... Au. Solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Ich spare mir meine Telefon. Au. Nein. Nein. Ich spare mir meine... Die Haube wird von diesem roten Ding da aufgehalten. Mehr kann ich nicht erkennen. Ich spare mir... Au. Was haben wir denn jetzt hier in der Gabel? Ich spare mir meine... Nein. Ich spare mir meine... Ich spare mir... 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 Sie ist zu weit weg, aber ich kann ihre Lippen lesen. Du schaffst das. Selber Schlappschwanz. Du schaffst das. Ich spare mir meine... Ich spare mir meine... Au. Warum eigentlich nicht? Nein. Hier ist Handarbeit gefragt. Au. Aha. Was war das? Miau. Nein. Das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Mh. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Hm. Dummes Tier. Gut, dass ich so schnell geschaltet hab. Reiß dich mal zusammen. Das war nur der Wind. Ich spare mir meine Tillik. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Jetzt kann ich endlich rüber, ohne dass es quiekt. Ich kann nicht näher die Organons. Ich spare mir meine... Ich spare mir meine... Ich kann nicht näher die Organons. Ich kann nicht näher ran. Ich bin die Organons. Jetzt kann ich... Mh... Ich spare mir meine... Ich spare mir meine... Ich spare mir meine... Ich spare mir meine... ich soll ja wie bescheuert ja gut ich spare mir meine ich spare mir meine ich spare mir mein später auf ich spare ich kann nicht mehr an die organo nur zwei das ist ja gerade hier ist es hell genug ich spare ich kann nicht mehr organ nons würden mich sehen ich sollte vorher weiß ob das soll goldsberg aber ihre wichtigste ich komisch dass das hier nicht angehakt ist weil das ding ist ja schon längst wieder drin jetzt kann ich in ich muss es ja quietschen jetzt habe ich es auch gehört hallo hallo ist da wer du bist paranoid 20 17 okay da musste ich also lang mit dem ding okay und weiter geht's na gucken vielleicht krieg ich es ja heute genau durch das war nicht übel nicht übel ist mein zweiter vorname baby hör auf mich so zu nennen komm mit wir müssen weiter jetzt ziehst du das ding doch wieder an ja ich bin es nur klietes mit gold meiner bezaubernden verlobten na endlich ich hatte schon angst sie wäre mit diesen stinkenden deponiana durchgebrannt ein abwegiger gedanke au contraire schnuckimaus du kannst ruhig zugeben dass du ein auge auf diesen rufus geworfen hast verständlicherweise erschien mir ein verwegener draufgänger zu sein aber nicht doch schnutzipups er war nur ein selbstverliebter trottel das reicht jetzt sie können immer noch rumturteln wenn sie zurück auf elysium sind oh yeah yeah ja eher desto besser gut dürfte ich sie noch kurz unter vier augen sprechen herr botschafter äh natürlich geh doch schon mal vor liebes ich und der amtmann haben noch dinge zu besprechen offenbar aber husch husch okay wir sehen uns dann ja gleich richtig tüdüdüdü sagen sie mal haben sie noch alle tassen im schrank ich dachte wir hätten eine vereinbarung die erinnerungen von fräulein goal müssen gelöscht werden und wir brauchen die aufstiegscodes keine panik ist ja alles in arbeit ich tausche die data setten aus und lasse das original auf der plattform liegen dann sind alle glücklich richtig ja alle bis auf die deponianer ja wenn sie mich hintergehen schneide ich ihnen persönlich ihren hässlichen kopf ab ja 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 hmm ue wusch ne mit dann müssen wir wieder zur plattform hoch Gold ist ja wohl schon vor, genau. Wir doch.